das promi geflüster mit der zweiten ausgabe 2023 heute mal wieder mit einem newcomer den ich euch vorstellen möchte denn ihr wisst ja die ganze bandbreite haben wir ja hier zu bieten bei promi geflüster von volksmusik schlager pop und so weiter natürlich alte hasen letzte woche waren noch truckstop zu gast die ja dieses jahr ihr 50 jähriges jubiläum feiern aber mein heutiger indio gast er ist eigentlich noch relativ neu auf der bühne er nennt sich müller eigentlich sein richtiger name lukas müller aber ich sag erstmal hallo und herzlich willkommen grüße die ja schön dass ich hier sein darf vielen dank wunderbar sehr schön gut ins neue jahr gerutscht auf jeden fall also lief alles einwandfrei das hört man doch gerne also was ordentlich krachen lassen ich meine man hat ja viel gesehen auch viel unschöne sachen wenn man so auf die großstadt blickt das stimmt also ich habe tatsächlich im kleinen kreis gefeiert mit ungefähr durch acht personen mit freunden von mir und es war ganz schön also ganz entspannt reingerutscht so muss es doch sein so muss es doch sein ganz genau ja und wie schon angangs erwähnt du bist noch relativ neu im showbusiness oder auf der musikbühne sozusagen denn die pandemie hatte ich eigentlich dazu animiert sozusagen richtig auf die bühne zu gehen erzähl mal ein bisschen stell dich mal unseren zuschauern vor also ich habe im spätsomal 2020 mit meinem soloprojekt müller angefangen habe davor eigentlich schon immer irgendwie eigene songs geschrieben oder auch auf gitarre mich selbst begleitet war aber nie so wirklich mit dem ziel verfolgt dass ich da irgendwie auf die großen bühnen möchte nur als ich dann quasi während meines abiturs wir durften nicht mehr in die schule kommen sehr sehr viel zeit hatte darüber nachzudenken was ich eigentlich jetzt machen möchte habe ich mich dazu entschlossen diesen schritt zu gehen und jetzt seit zwei jahren mache ich quasi unter dem künstler namen miller mein so mein musikalisches soloprojekt und ja wahnsinn was in diesen letzten zwei jahren schon alles so passiert ist das kann man so sagen ja also sehr vieles glaube ich wenn ich da so deine vita auch durchlässt oder auf der homepage durchblätter und auch die social media kanäle ganz klar klappt zwei dinge kann man wirklich rausheben wo da stehen manche wirklich noch in der warteschlange samsung hatten zum einen der legendäre fernsehgarten ich kenne noch da hat ilona christen noch moderiert und lang ist ja und dann und dann natürlich auch auftritt im zdf morgenmagazin was waren das so für besondere highlights also es waren beides natürlich unvergessliche momente keine frage gerade was das fernsehen das morgenmagazin angeht ich habe die nacht wirklich überhaupt nicht geschlafen ich lag nicht so komplett gerade mal im bett und habe an die decke gestarrt wir mussten ja sehr sehr früh auch raus also ich habe kein auge vor aufregung zu bekommen ich glaube um vier ging es raus dann sind wir direkt ins studio und das ging dann auch alles sehr sehr schnell und es hat eine menge spaß gemacht also es war unfassbar und fernsehgarten war dann noch mal eine ganz andere nummer das war gott sei nicht so früh morgens aber das war natürlich auch gerade weil diese zwei auftritte so kurz nacheinander kam natürlich echt wahnsinn was da alles zusammen kann das war wirklich ein gefühlschaos im positiven sinn das hat sehr viel spaß gemacht was hat sich dadurch jetzt verändert sind da die anfragen jetzt schon mehr geworden dass man auch dich für live auftritte bucht also tatsächlich die suchanfragen sind gestiegen das kann man auf jeden fall sagen und natürlich auch die streaming aufrufe auf spotify und co diese natürlich hochgegangen hat mich auch sehr gefreut dass dass ich mehr leute damit erreichen konnte quasi dass sie meine musik kennenlernen wie gesagt ich bin noch nicht lange auf dem markt sage ich jetzt mal umso schöner ist es wenn man da neue leute erreichen kann deine texte deine musik schreibst du alles selber ganz klar und was sind es für themen die du behandelst geht wieder denke ich mal meistens wie es so immer ist um liebe schmerz und so weiter oder absolut korrekt es geht hauptsächlich um das thema liebe und beziehung und mir ist es ganz wichtig dass ich quasi mit meiner musik den menschen das gefühl geben kann dass sie halt eben nicht alleine sind mit dem was sie denken und fühlen ich glaube wir kennen alle diesen schmerz den man irgendwie auch in sich trägt aus beziehungen aus aus momenten im leben die einem nicht so gut tun und ja ich hoffe einfach dass ich die menschen die meine musik hören damit irgendwie angesprochen fühlen und sich dafür was oder mit meiner musik was rausnehmen können dass ihnen hilft vielleicht mit der sache anders oder besser umgehen zu können ja also da denke ich mal schon dass man da mal wirklich reinhören sollte müsste genau muss ich mich freuen ja youtube da gibt es video natürlich auch zu sehen oder auf deiner homepage die da heißt miller punkt miller minus musik genau die miller mit y geschrieben richtig und dann natürlich die frage was wird sich in naher zukunft tun arbeitest du an einem long play oder wieviel titel sind jetzt durch die pandemie entstanden da hat man ja durch die pandemie entstanden sind ganz 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 große menge an songs die natürlich alle jetzt ist auf spotify geschafft haben aber gerade was das nächste jahr angeht sind auf jeden fall neue singles geplant eine steht schon in der pipeline und die zweite ist auch schon so gut wie durch also da kommt auf jeden fall ganz ganz viel neue musik und ich bin mal gespannt was 2023 allgemein bringen wird auch an live shows das ist ja momentan noch alles so ein bisschen schwierig aber wir lassen ein bisschen zeit vergehen in der hinsicht und ich bin da sehr zuversichtlich dass da einiges in 2023 auf uns zukommen wird ja denke ich doch auch also kann ja eigentlich nur wieder aufwärts gehen also immer nur hier so rumhängen und nichts tun dürfen das kann sagen wir irgendwo nicht sein absolut ja live ist halt enorm wichtig einfach auch nicht nur für die praxis für mich selbst sondern auch einfach ich möchte auf der bühne stehen und nicht immer im stillen kämmerchen für mich die songs schreiben das wäre dann auch zu schade ja vor allen dingen hat man dann wenn man wirklich dann vor live publikum spielt dann doch auch gleich den feedback vom publikum wie kommt es an gehen sie mit sind sie da bei dem titel eher verhalten oder wie auch immer wie reagierst du dann drauf setzt du das dann gleich wieder ein bisschen um oder falls dann noch mal an dem song also es ist tatsächlich so gerade bei live auftritten wenn das persönliche direkte feedback kommt dass es super super gut ich kann gar nicht so genau sagen das läuft ja alles sehr unbewusst ab wenn ich auf der bühne bin aber das schönste ist natürlich wenn die leute abgehen wenn ich merke die energie schwappt drüber und ich selbst kann sie so wie so ein schwamm aufsaugen das ist einfach ein sehr magisches gefühl und da freue ich mich ganz besonders drauf wenn es dann auf die bühne geht dann trittst du natürlich auch mit band auf ich habe es gesehen fernsehgarten da waren glaube ich zwei die dich begleitet haben schlagzeug und noch eine gitarre oder genau genau kommen beim live auftritt mehr dazu oder bleibt es erstmal bei dem trio sozusagen also jetzt zurzeit ist auf jeden fall geplant für die zukunft der trio formation zu bleiben das ist ja momentan auch sehr modern aber ich habe natürlich nichts dagegen wenn irgendwann noch mehr musiker am start sein werden aber jetzt gerade läuft das mit der trio formation ganz gut und damit bin ich sehr happy sehr schön da muss man auch nicht so ganz so viele dann sag ich jetzt mal wieder entlohnen wenn es dann mal wieder um das natürlich auch aber ja bleibt dann auch überschaubar irgendwo genau richtig richtig ja also da sind wir doch schon gespannt was 2023 miller so zu bieten hat du hast gesagt abitur wenn es je mit der musik nicht so klappen sollte gäbe es da noch ein plan b beruflichen genau also plan b ist tatsächlich dass ich in der medienbranche fuß fassen könnte also ich studiere zurzeit noch medienkommunikation in würzburg und das ist sozusagen ja mein plan wenn es mit der musik nichts werden sollte dass ich da was in der tasche habe das ist ganz wichtig auf alle fälle und irgendwie ergänzt sich aber dann auch wieder mein mein klar wenn man jetzt die musik macht dann braucht man natürlich medien und videos und so weiter da kann es dann von da wieder ausarbeiten denke ich meine genau das geht dann quasi so hand in hand genau so richtig ja sehr schön ja also da kann man also nur die ja wirklich total toll wünschen viel glück dass das so weitergeht wie es losgegangen ist und noch ganz viel mehr sozusagen dann habe ich irgendwo gelesen ein vergleich so ein bisschen der deutsche ad sheeran kann das hat es hin oder wie muss man das sehen also es ist natürlich es war ja irgendwo wieder klar also dass das so rüberkommt wegen meiner haarfarbe ich finde es auf der ersten seite natürlich super cool dass man mit so einem megastar verglichen oder verbunden wird wir beide machen ja auch musik zwar in komplett anderen sprachen unterschiedlichen sprachen aber man muss natürlich auch dazu sagen dass ich trotzdem irgendwie noch für mich stehe als miller mit meinem deutsch pop und ja deswegen es ist natürlich auch eine sehr hohe messlatte wenn man mit jemanden wie ad sheeran verglichen wird aber weiß jetzt nicht ob es wirklich schadet für den anfang ist es vielleicht ganz gut dass man so ein bisschen damit assoziiert wird ja alles gut alles gut aber deutsch finde ich jetzt auch wiederum ganz gut dass man auch die texte ein bisschen versteht war dir das wichtig gerade auch in deutsche texte zu machen also ich habe früher tatsächlich songs auf englisch geschrieben also als ich mir das gitarrespielen mit 15 beigebracht habe habe ich anfangs wirklich nur auf englisch geschrieben was mir auch total viel spaß gemacht hat nur irgendwann dachte ich so ich kann irgendwie in der deutschen sprache besser arbeiten ich bin ja kein native speaker im englischen das heißt deutsch würde allgemein schon besser passen und ja dadurch dass ich viel besser auch mit betaphern irgendwie arbeiten kann hat mir das auch total viel spaß gemacht und ich bin dann auch direkt bei deutsch geblieben und habe mich dann festgelegt in der hinsicht ja und ich denke mal dass man die fans draußen bestimmt dir auch danken sozusagen denn und dann weiß man auch den inhalt der lieder was drin vorkommt genau richtig ja welche themen nimmst du sonst noch so mit dem einen auch sei jetzt mal gerade die kritischen sachen die wir uns alle bewegen sei es jetzt umwelt sein krieg ukraine und so weiter kommt so was auch mal drin vor als thema also politische themen lasse ich in der regel also wirklich raus es geht quasi in meiner musik hauptsächlich so um die die selbst annahme beziehungsweise den umgang mit dem mit den problemen die man im alltäglichen leben so mit sich hat was soll es jetzt beispielsweise sein ist jetzt selbstzweifel zum beispiel oder halt liebeskummer das sind so die hauptthemen die ich quasi mit meiner musik anspreche okay und da gibt es ideen allmas da gibt es ideen allmas auf jeden fall ja ja dann wie gesagt sind wir da schon mal wirklich gespannt was 223 da bietet was sind so große highlights wird dieses jahr geplant auftrittstechnisch oder was kann man da erwarten auf jeden fall steht schon eine show fest und zwar in borken das ist in norddeutschland da spielen wir auf einem festival auf jeden fall das steht schon mal fest und wer weiß welche show jetzt noch dazu kommt wir sind momentan noch mitten in der booking phase und da weiß ich gerade selbst noch nicht genau wo es hingeht deswegen bin ich da sehr offen für und freue mich drauf vielleicht ist ja die ein oder andere größere show man munkelt schon in planung sehr gut einfach dann immer weiter auf deine social media kanäle drauf schauen genau immer up to date alles genau wo findet man dich denn genau und wie findet man dich also man findet mich genau man findet mich unter instagram unter miller musik zusammengeschrieben mit y und auch auf youtube wie gesagt unter miller und auch auf spotify natürlich unter miller also das sind so die hauptkanäle die ich quasi wo ich mein material meine updates zur verfügung stelle und da findet man eigentlich alles was man wissen muss und wenn man dir schreibt dann antwortest du auch selber noch ja absolut korrekt ist ja bei vielen nicht mehr so ganz der fall wenn sie erst mal zu ihre zehntausend und mehr follower haben dann wird das denke ich auch ein bisschen unübersichtlich in mancher hinsicht nach ich denke schon ja ja also dann würde es mich freuen wenn man uns da auch mal connecten ich glaube dass ich habe ich glaube schon oder bin zumindest da noch dabei und dann tauschen wir uns aus und sehen uns hoffentlich auch mal irgendwo bei einem auftritt irgendwo live ich würde mich freuen hier das wäre was gerne musik ist das eine aber gibt es bei dir auch sportliche sachen die dich interessieren fußball wm war ja erst kürzlich und aktuell sind ja die vier schanzen tournee richtig ja ich habe oder spiele heute noch fußball jetzt habe ich schon seit jetzt muss ich rechnen ob 16 17 jahren bestimmt schon fußball und bin auch ein großer wintersport fan gerade was jetzt vier schanzen tournee läuft jetzt gerade auch schaue ich sehr gerne aber auch biathlon wie ein großer fan von und für das ist so sportlich das was ich am liebsten mag formel 1 ist auch noch ganz cool ich bin da breit aufgestellt wenn man jetzt die vier schanzen tournee her nimmt wäre das für dich grundsätzlich auch was von so einer schanze runter zu düsen und also ich bin jemand der hat schon irgendwie ziemlich höhenangst ich war tatsächlich letztes jahr auf der schanze in gamischpachten kirchen quasi als besucher und habe mir das mal angeschaut und habe da eine führung gemacht das war ziemlich cool und ziemlich hoch aber ich glaube selbst darunter springen weiß ich jetzt nicht ich glaube das können die profis dann lieber machen da gehört schon viel mut dazu mein ding wäre es ehrlich gesagt auch nicht insbruck das weiß ich wiederum da war ich schon oben auf diesem berühmten berg isl wenn man da runter schaut von der schanze sehr makaber man sieht hinten den friedhof das habe ich auch schon gesehen ja ja das ist das ist auch sehr interessant ja ja also du machst lieber andere höhen flüge hoffentlich mit der musik und hoffentlich nicht unbedingt auf der schanze also ich glaube da haben wir mehr davon das denke ich auch auf jeden fall und dann kann man jetzt dir wirklich nur noch viel viel erfolg wünschen wenn du eine große lp da mal rausbringst also so ein komplettes album dann melde dich auf alle fälle wieder dann machen wir auf jeden fall große fortsetzung das ist versprochen aber ich denke mal so für das erste haben wir dich jetzt schon mal kennenlernen dürfen bleib so sympathisch wie du bist und versuchen ja rein also ich drücke die daumen vielen vielen dank hat mir sehr viel spaß gemacht dankeschön bitte gerne ich danke den zuschauern fürs dabei sein und sag schon wieder bis zur nächsten ausgabe euer frank stiller und miller genau miller ganz einfach also macht's gut